hallo und herzlich willkommen zurück hierzu ich bin das wollte mein avatar mag immer noch nicht so richtig ich weiß nicht was da los ist seitdem es auf windows 80 auf windows 11 sich verändert hat funktioniert irgendwie gar nichts mehr richtig und er hat seit einem monat habe ich dieses wunderschöne spielchen hier nicht mehr gespielt ob es gerade ein bisschen leise vor kann das sein ich mich da warum trage ich das ding ein händler zweihändig bisschen sehr leise vor das ist eine belegung ist einigermaßen okay wie ist es bei euch links bei euch auch in ordnung wo komme ich hier hin so wie gesagt ich habe keine ahnung wo wir sind wie ist das doch ein bisschen zu laut wo Oh nein, nein, nein. Das fängt ja jetzt super an. Oh Gott, ich habe gar keine Ahnung mehr, wie dieses Spiel funktioniert. Ich bin heute schon einmal gestorben. Äh, B. Ich bin hier, geh weg. So. Yay. Ähm. Ich weiß, dass es hier irgendwo einen Geisten, äh, Boss gibt. Hier irgendwo einen großen, dicken, fetten Kristalldrachen. Und, keine Ahnung mehr von dem Gebiet. Weiß nicht, ob ich nach oben muss. Hat es irgendwas bei dir liegen? Hier müsste man ja mittlerweile gewohnt sein, dass ich plagenlos hier rumrenne. Ich könnte noch mal. Achso. Uh, der hat was für mich. Ein Schild. Da geht's links. Da geht's links. Können dann runterfallen. Ich glaube, da waren wir auch schon. Äh. Jetzt um, als ob du mich einfach so anspringenst du Sack. und der angeschissen ja von da oben haben wir dann die roter gefallen und hier hätte er uns erwartet und wer uns auf den sack gegangen da drüben waren die röte die irgendwelche kleinen monster hier oben geschickt hat die da nämlich aber anscheinend hier drinnen jedes mal 800 1 so was auch noch die kapps aber was olle kohle kohle und schlossen chancen mit und 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 mir die archiv suche haus und knowledge so close but just out of reach the thought offends me so i could simply die as a student in the arts you understand me okay hier geht's nach oben auf hier oben erwartet mich nicht bestimmt sieben komplett hundertprozentig falsche richten gerannt tricoros tricoros nicht springen kann kann mich da nicht runter ok ja das war einfach bloß mal zum hier unten ja wir sind einmal komplett in die falsche richtung gelatscht das heißt wir dürfen wieder hoch da können wir uns vor allem ausruhen und uns die es muss wieder voll machen bei mir nichts verloren zeit hier war es nicht hört man es nicht bei hier aber es leuchtet die halbische serie jubi geht es die bestätige ich hoffe es geht gut gut ignoriert und hoffen hoffen die ignorieren uns auch bisschen warm auch frisch von arbeit und habe seit einem monat dieses spiel nicht mehr gespielt so alles im allen geht es mir gut ach das ist ein bogenschütze der sack war das so war das so war das so als ob der mich hier auflohrt was ist bei mir sind es derzeitig 32 grad hier sind wir au au da ist der bogenschütze du bist mich nicht immer nicht au ich hasse nie ok herzlich willkommen hier zum dark souls dem spiel das einen aufregen kann je 33 grad bei uns sollen es wohl bis zu 34 heute werden so gegen 17 uhr werden wir sie so hallöchen tschüss w 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 musik ist mir nicht auf den sack kurz was alli hallöchen schmolfen wie geht es dir wie steht es bei dir ich hoffe es geht dir gut die kommen hier zu dark souls einem hoffentlich wiederkehrenden format wir befinden uns hier gerate in der bibliothek sind gerade frisch gestorben und dürfen uns einmal durch diese ganze kacke wieder durch kämpfen er sagt da oben geht es auf den sack ja 493 devs wir können mal ganz kurz was müsste umschalten hier sind 63 stunden und 63,3 stunden in dem spiel es ist mein erster play ich habe eigentlich immer noch keine ahnung was ich mache ich habe keine ahnung wo ich hin muss ja so läuft bei mir dieses spiel und ich muss sagen mit dem kleinen vieh ja mit dem kleinen vieh habe ich insgesamt weniger probleme mit dem kleinen habe ich insgesamt mehr probleme als mit den großen vor allen dingen wenn man sie nicht sieht ok unten war ich noch nicht und schütze immer der nase nach ja aber die nase zeigt meistens so gen boden als ob du einfach auf taust dass da unten war minute nee hier unten kommen wir nicht her oder ok aber du bist als ob du das nase einfach so von hinten kommt wo kam der der kamera ist entgegner dem spiel sagt jetzt nicht du bist schon wieder ich hasse dich spiel optionen pc einstellungen es ist immer wieder passiert doch hier los das sterben beginnen mag ich nicht mag ich immer noch nicht es ist der so lange durch hält der die sack nase ja ja so was war nur 1 die bräuchte dafür hoppelhase so nummer 1 2 da wird mir nicht auf den sack geht stirbt ein grausam tod da ist alles weg jetzt heißt hoch die sacknase die zaubert wegblasen die da oben müssen geht er mir die ganze zeit auf den sack